Hinter ihnen, und dann lässt er sich noch zweimal anschließen. So, du Schwein. Ja, trink doch dein Wasser, oder? Oder, ist es leer? Nein, er hat noch ein Schlückchen. Was? Boah, verdammt. Oh nein. Ja, ich gehe dir auch die ganze Zeit in Deckung. Schmeiß sie zurück. So viel zum friedlichen Vorgehen. Verdammt, mir ist nicht nach Scherzen. Sie sprachen von Beweisen. Wo sind sie? Geduld, Ritter. Wir sind fast da. Weht doch langsam Zeit. Ich wurde jetzt genug angeschossen und misshandelt. Das stimmt. Hier können wir nicht lang bleiben. Tja, die sind schon bei uns. Wir müssen hier weg. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Vielleicht kann man von der anderen Seite aufschließen. Vielleicht auch nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben versucht, auf dem neuen Kontinent Fuß zu fassen. Tja. So, gucken wir halt. Oh, warte. Was haben wir hier? Kein Problem. Ja, ja, das erreichst du schon. Wir müssen auf die andere Seite. Würde mich ja nicht wundern, wenn jetzt welche reinkommen. Echt? Das schaffst du? Tatsache. Wir haben keinerlei Waffen. Zumindest können wir keine auswählen. Und da liegt mal wieder was zum Zuhören. Was ich ja das ganze Spiel schon mache. Zuhören. Bevor wir das Tor öffnen, gehen wir natürlich in das Archiv. Telegram vom neuen Kontinent. Da erfahren wir auf jeden Fall etwas über den neuen Kontinent. Hören wir mal rein. 12. Mai 1884. Heute ist der 42. Tag unserer Reise durch den neuen Kontinent. Herr Stanley scheint die Reise beenden und in sein geliebtes Afrika zurückkehren zu wollen. Seit dem letzten Mal hat sich viel verändert. Die Wilden in diesem Land scheinen zahmer und besser erzogen zu sein als seinerzeit. Mit Wilde meine ich aber nicht die Ureinwohner dieses seltsamen Landes. Diese sind ein wunderbares Volk. Die Wilden, von denen ich spreche, sind die schießwütigen Irren in den Städten dieses großartigen Kontinents. Viele haben den alten Zeiten abgeschworen und fristen ein zivilisierteres Dasein. Wir sind unterwegs in den Staat Nevada. Eine Wüste, so weit das Auge sehen kann. Und unser Weg an die amerikanische Westküste. Meine Aufregung und Vorfreude sind kaum zu bremsen. Kalifornien ist nur drei Tage entfernt. John Smith, Gehilfe von Sir Henry Morton Stanley. Haben wir seine Geschichte auch gehört? Jetzt wird's aber Zeit, das Tor mal aufzumachen. Ist ja gut. Ich bin dabei. Zufrieden? Ritter, hier drüben. Okay, zusammen. Ich zähle bis drei. Eins, zwei. Hey, wir sind in der Eingang! Toll. Scheiße. Ach, scheiße auf die. Wir können weitermachen, wir sind doch noch am Leben. Hey, ich kann gar nicht so schnell reagieren. Bei denen. Quick-Time-Events. Achtung! Wie sind Sie so weit, der Kug? Halt und Kug! Achtung! Verringt die Tür! Lass sie nicht raus! So, eigentlich habe ich das ja nur gemacht. Hört aus! Damit ihr mal den Tod seht, was passiert, wenn ich sie nicht wegschubse. Okay, wir können... Okay, wir können... Uh! Bäm! Bam! Nachladen und... Hörst du mal bitte auf? Du auch? Boah, wir müssen uns erstmal ein bisschen... Fürs Erste. Alles klar. Fürs Erste. Fürs Erste. Toll fürs Erste. Nimm mal hier die Granate mit. Und hör auf, dich immer zu verstecken. Verschwinden die von hier. Was ist das hier? Ah, die mag ich mehr. Gefällt mir besser. Gut. Warte. Gibt's hier irgendwas? Ja, da gibt's noch was. Wieder so ein Schmierzettel. Inspektor bei Schießerei in Whitechapel umgekommen. Ja. Ist halt so. Ich will gar nicht wissen, was uns da jetzt erwartet. Da sind noch ein paar Rebellen. Wann sind wir denn endlich da? Was macht er hier? Debbie, schon gut. Du kannst freisprechen. Debbie, weiter. Es ist genau wie auf dem Luftschiff, Rani. Die Fracht ist für Amerika und Westindien bestimmt. Wie viele? Die Ladung wurde mehr als verdoppelt. Sie machen wohl verlorene Zeit gut. Die Lieferung darf den neuen Kontinent nicht erreichen. Da ist noch was. Die Wachen sind alarmiert. Sein Name wurde erwähnt. Sie arrangieren ein Treffen. Vielleicht haben wir doch Glück. Wessen Name war das? Einer eurer Werbenlords. Wenn er für ein Treffen hierher kommt, sehen sie es mit eigenen Augen. Das befeißt gar nichts. Lord Hastings ist Kämmerer und ein Pier. Er ist häufig in unserem Rat. Ja, eingeweiht in die Operation des Ordens. So ein Glück für ihn. Sie erfinden Verschwörungen, wo es keine gibt. Sehen Sie sich die Ladung an. Ich fantasiere nicht. Welcher Wissenschaftler? Tesla oder was? Haben die mit Tesla gesprochen? Vielleicht ist ja Nikola eingeweiht. Irani von Gehansi. Ich überrasche Sie erneutrücken. Die berühmte Kriegerkönigin, die gegen unsere Armee in Indigen kämpfte. Unsere Generäle haben ihren Tod in Gvalior vermeldet. Unsere Generäle haben ihren Tod in Gvalior vermeldet. Ich habe immer davon profitiert, dass ich nachher nur das schätze. Hm. So, da haben wir noch was. Gucken wir auch mal drauf. Irgendein Foto. Gut. Genug gesehen. Irgendein Sohn Elefant. Mehr gibt's hier nicht. Ich will mich erst mal hier rumsehen. Hier ist ne... Was ist das? Das neueste Schiff in der Flotte der Kompanie. Yeah. Schickes Schiff. Ist hier noch irgendwas? Natürlich nicht. Dann können wir zur Königin. Kriegerkönigin. Da. Die Lieferung wird verladen. Diese üble Fracht darf diesen Ort niemals verlassen. Beeilung. Was ist denn da drin? Ich will wissen, was in den Kisten ist. Ich will mein Konkretor, weil die Bezahlung besser ist. Ganz viel zu gering. Und? Ja, ist es nicht. Also schon mehr Geld, aber ich habe nicht so viel Ärger gemacht. Oh, sie zückt die Waffe. Das ist kein gutes Zeichen. Wir können durch das Schiff zum Hauptlagerhaus gehen. Ja. Ab aufs Schiff. Kurbel. Lassen Sie auf und ich hebe die Plattform an. Oh, dieses Drücken hier. Was ist das denn? Feuer, Junge. Feuer. Weiter geht es nicht. Ja, das stört die nicht. Da kommen wir nicht rüber. Kommen wir da rüber? Höchstwahrscheinlich, oder? Nö. Achso, da ist was. Helfen Sie mir hoch. Ich schaue mal rein. Ich sehe einige Wachen. Wir müssen leise vorgehen. Leicht alle wasser. Wenn Sie die Rebellen entdecken, müssen wir sie ausreiten. Scheiße, wird uns dann sein Lügen. Leise vorgehen ist nicht meine Stärke. Oh oh. Zack, da haben wir sie. Hochziehen. Endlich mal ein Quicktime-Event, der geklappt hat. Oh, die muss den Brocken jetzt da auch noch hochzerren. Hör eindringen hier! Oh oh. Verdammte Scheiße. Entdeckt. Das ist eine Fernzündung, was will er damit machen? Oh, scheiße, nein. Ey, einmal passt man nicht auf. Was heißt nicht auf? Das war... Hier, sauf das Scheißzeug. Was ist das? Was ist das? Was werfen die? Was ist das? Ruhe jetzt. Stehe unter. Stehe unter. Komm schon. Oh. Oh. Oh.